Universes Beyond ist das Beste, das Magix seit fast 20 Jahren rausgebracht hat. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Blackie Talk. Ich weiß, meine These ist steil, vor allem, weil ich halt vor ein paar Blackie Talks gesagt habe, dass Universe Beyond mir egal ist. Aber es ist es nicht mehr. Universe Beyond ist eine der großartigsten Sachen, die wir mittlerweile haben. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das realisiert habe. Am Anfang dachte ich so, ah, müssen wir das haben? Der old crampy man, der gesagt hat, nee, nee, das brauchen wir nicht. Und mittlerweile muss ich sagen, doch, doch, Universe Beyond macht so viele schöne Sachen mit Magic, dass ich sagen muss, ohne Universe Beyond wäre Magic nicht das Magic, was ich so lieben würde. Und ich habe auch in den letzten Blackie Talks ganz oft die Nachricht bekommen, so, Blackie, du bist aber sehr negativ mit letzter Zeit, bla bla bla. Kann ich alles verstehen, sehe ich auch so, weil sehr viele negative Sachen dabei waren in den letzten Blackie Talks. Dieses Mal muss ich sagen, bin ich voller, voller Liebe, denn mein Herz wurde durch Assassin's Creed erweicht. Assassin's Creed ist ein ganz großartiger Franchise. Es ist eine Franchise, die ich sehr, sehr liebe, die mir sehr wichtig geworden ist. Und wo ich sage, das ist cool. Und damit habe ich etwas erlebt, was ich sonst noch nie erlebt habe und ich vorher noch nicht verstanden habe. Jetzt muss ich sagen, ich habe es verstanden und würde sagen, ich habe es sehr, sehr gut verstanden. Und muss sagen, ich liebe es. Ich liebe alles daran. Ich finde es einfach großartig, wie Wizards of the Coast und Magic damit umgeht. Aber fangen wir am Anfang an. Universe Beyond waren am Anfang ein ganz seltsames Phänomen. Das erste Universe Beyond war, soweit ich mich erinnere, Arabian Nights. Da gab es den Alibaba zum Beispiel. Und es sind ein paar andere gerade, so Charizard oder so. Was ja auch eine Märchengeschichte aus Tausende eine Nacht ist, weil sie ist die Erzählerin von Tausende eine Nacht. Theoretisch war das schon damals Universe is Beyond. Ignorieren wir das? Das war nur ein kleiner Side-Tech. Und wir schauen uns mal an, was so wirklich dabei war. Wir hatten Walking Dead. Und Walking Dead war schwierig. Denn Walking Dead hat für eine große Sache gesorgt. Und das war ganz viel Fear of Missing Out. Die sogenannte FOMO. Denn Walking Dead, das erste Secret Layer, was Universe Beyond war, kam tatsächlich in einer Zeit, in der Secret Layers eben limitiert war. Und da muss man sagen, Universe Beyond Walking Dead hat so viel falsch gemacht. Es war eine limitierte Auflage, die man nur über Secret Layers kaufen konnte überhaupt. Es gab das riesige Problem, dass man gar nicht wusste, will man diese Karten haben? Sind die Karten wirklich gut? Man konnte sie nicht vorher testen. Und dann wurde einem noch gesagt, die werden nie in irgendwelchen Boostern kommen. Und das war es halt so schwierig. Und dann kam man eben auf die Idee, okay, die Karten sind auch teilweise gut. Und auf der anderen Seite gab es dann ganz viele Leute, die sagten, oh mein Gott, das kann nicht sein. Das ist ganz, ganz schwierig. Denn wir wollen das nicht. Wir dürfen das nicht unterstützen. Wir kaufen das nicht. Und dann gab es die ganzen Sculptler, die gesagt haben, ha ha ha, wenn keiner das kauft und ich das alles habe und das gehört alles mir, dann kaufen die Leute das für ganz teuer, wenn es gut ist. Und ich kaufe tausende davon. Und damit war Universe Beyond geboren. Was es in 2020 auch gehabt, waren sogenannte Reskins. Die haben wir jetzt schon öfter gehabt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die hier mit reinnehmen sollte. Denn es gab halt in Ikoria Godzilla-Karten, wie den Death Race C, also ich darf das böse Wort mit C nicht sagen, oder andere, die mystische Motte und sowas gab es, in Artworks, die mit Godzilla zu tun hatten. Ich weiß es noch, mein damaliger Chef, Grüße gehen raus an Ralf von Fischkrieg, war super begeistert davon und hatte so Bock auf das Set, weil es halt jetzt so einen Hype darum gab, dass diese Karten da drin waren. Ich konnte mit Godzilla gar nichts anfangen. Ich konnte auch mit Walking Dead nichts anfangen. Walking Dead war für mich so eine ever-flowing Serie, die halt nichts gemacht hat, außer Zombie-Apokalypse, neuer, sicherer Ort, irgendwas läuft schief, Ort ist nicht mehr sicher, neuer, sicherer Ort, irgendwas läuft schief, ist es nicht mehr sicher, neuer, und immer kommen neue Leute dabei und es gehen Leute. Das ist mein Wissen und das ist das, was ich von Walking Dead halte. Walking Dead in a nutshell, das ist das für mich. Und deswegen gab es damals noch diese Ikuria-Godzilla-Karten und ich bin mir nicht sicher, ob die auch als Universe Beyond zählen. Ich glaube es tatsächlich nicht, aber sie waren auf jeden Fall besser designt, weil es waren Karten, die es nicht das erste Mal exklusiv gab, weil The Walking Dead war ja komplett exklusiv. Es waren komplett neue Karten, die man nur in dieser Box bekommen hat, wo sie auch noch gesagt haben, dass man sie niemals, never, never, ever in irgendwelchen Boostern finden wird. Und das war halt wirklich ein Problem. Denn das hat dazu geführt, dass ganz viele Leute angefangen haben, darüber zu heulen, dass sie halt diese Karten nicht kaufen konnten. Mehr inklusive. Ich fand es auch kacke, muss ich ehrlich sagen. Diese Ikuria-Sachen sind halt eher so Reskins. Es sind aber viele von den Hatsune Miku auch. Und ich glaube, die zählen als Universe Beyond. Also würde ich jetzt hier Ikuria einfach mal dazuzählen, also die Godzilla-Treatments, auch wenn die vielleicht nicht offiziell dazugehören, aber da haben sie damit angefangen, Reskins zu machen. So, dann hatten wir 2021 Stranger Things, wo auf einmal auch wieder Karten reinkamen, die vollkommen neu waren und keiner wusste, wie gut sie sind. Und dann waren sie auch noch verpartnert und damit sind sie automatisch für Commander-Playable und so weiter und so fort. Und man hat schon gemerkt so, okay, diesmal ist das Power-Level wirklich so low, damit wir sicher gehen, damit keiner diese Karten spielt. Weil die sind halt nicht so gut. Und das war wichtig, dass die nicht gut sind. Weil wenn die gut gewesen wären, hätten alle samt, also alle hätten rumgeheult. Alle. Auch ihr. Nein. Und das wäre echt schlicht geworden. Und dementsprechend waren die Karten irgendwie nicht so wirklich gut. Es war ein Jahr später. Und, naja, es war halt wirklich spannend. Dann kam Arcana. Arcana hatte mehrere Universe Beyond. Es war das erste Mal Universe Beyond mit Ländern, Basic Lands. Dann gab es gereskinnte Karten wie Path to Exile oder auch mit einem anderen Namen, wie zum Beispiel Unstable Harmonics, was einfach eine Rhystic Study war. Oder der Hexchor mit einem Thrun Dynamo. Und das war okayisch. Es waren nicht die besten Artworks. Arcana vorher war eine sehr, sehr starke Serie, die wirklich viel gemacht hat, die ich auch wirklich sehr empfehlen kann für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und es war wirklich, da kommt jetzt Staffel 2 jetzt raus. Hab ich gesehen. Staffel 2, yes. Und das war gut. Die Bilder waren einfach nur irgendwelche Ausschnitte aus der Serie. Das fand ich wiederum nicht ganz so toll, sag ich mal. Dafür waren die Länder relativ hübsch, fand ich. Also die waren jetzt auch nicht so krass, dass ich sagen würde so, oh, an dem Forest oder an dem Mountain erkenne ich meinen League of Legends, meine Arcana. Ja, aber Arcane, Entschuldigung. Aber, also, Arcan. Arcane, Arcane, Arcane. Ja, Entschuldigung. Ihr wisst, englische Aussprache ist manchmal bei mir ein bisschen durcheinander. Ich hatte sechs verschiedene Englischlehrer in sechs Jahren. Dementsprechend, ja. Mein Englisch ist nicht so gut mit der Aussprache, aber ich kann alles verstehen und machen. Und, naja, dementsprechend ist es halt irgendwie so mit Piltover, es wird alles gezeigt und so. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Aber war jetzt nichts so krasses, wo man sagt, okay, nachdem sie mit Walking Dead so einen riesen Aufwand gemacht haben und so eine krasse Sache rausgehauen haben, droppen sie schon ein bisschen mit Stranger Things und Arcane zurück und sagen, okay, Powerlevel runter oder es ist nur Reskin und das ist ganz okay. Und dann kam Street Fighter. Street Fighter ist übrigens das einzige Video auf meinem Kanal, das immer noch FSK 18 gefleckt ist. Vielen Dank, Dommer, an dieser Stelle. Also, wirklich, danke, total toll. Und, naja, am Ende des Tages war Street Fighter genau dasselbe wie The Walking Dead. Es gab haufenweise Commander, die haufenweise super, super interessante Sachen rausgehauen haben, wo ich bis heute sagen würde, ja, das war krass. Ich weiß noch, wir haben die Radio Raffnicker-Folge mit Empty Jim Alone gemacht und er ist ein super krasser Street Fighter-Fan und mitten in der Folge droppt er auf einmal dieses, hey, wir haben jetzt im Secret Layer, das sind diese Karten da drin und wir waren alle gehypt. Und deswegen ist es mal ganz cool. Das muss man sagen, es war ganz cool. Aber am Ende des Tages fehlt hier auch wieder irgendwie eine Art von Spannung drin. Denn, was sie bei Street Fighter direkt angekündigt haben, ist, dass es diese Karten in Boostern geben wird. Und das war mind-blowing. Absolut mind-blowing. Denn, wenn man sich das überlegt, was am Anfang gesagt wurde, Walking Dead wird niemals reprintet. Und hier wurde es auf einmal so, ja, die Karten werden reprintet in einem Universe within Artwork. Das heißt, ihr könnt jetzt Ryu, Ken oder auch Jun Lee in Universes Beyond kaufen, wenn ihr sie spielen wollt, zum Beispiel als Commander und ähnliches. Oder ihr wartet ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr nach Erscheinen. Das Secret Layer kam, glaube ich, ähm, Kepenner raus. Ich bin mir gerade nicht mehr ansieser. Und, und dann kommt ihr da in eine Universe Within-Version. Und diese Universe Within-Version ist halt viel, viel krasser und viel, viel cooler als, ähm, die Universe-Beyond-Sachen für jeden, der das nicht möchte. Der will halt vielleicht kein Ryu-World-Warrior als seine Magic-Karte haben. Und das fand ich genial. Denn sie sind damit hingegangen und haben gleich zwei Sachen, die sie an The Walking Dead verkackt haben, einfach verbessert. Auf der einen Seite hatten wir jetzt diese Möglichkeit, das Ganze zu nochmal zu kaufen und das auch nicht nur in Secret Layer zu kaufen, sondern auch in unseren regulären Boostern. Und zweitens war es direkt eine Universe Within-Sache. Und das ist geil. Das ist richtig gut. Das nächste, was wir haben, und das ist was, was ich wirklich, wirklich hart verfeiert habe, so soll man es sagen muss, war, dass sie jetzt in so einen Modus reinkamen, dass sie immer so ein exklusives hatten, so Stranger Things, und dann so ein Rescan mit Arcane. Dann gab es ein neues, so mit Street Fighter, und ein Rescan mit Fortnite. Das war eine ganz nette Abwechslung, das hin und wieder mal so mit drin zu haben. Ich bin kein riesen Fortnite-Fan, überhaupt nicht, aber die Karten waren ganz cool, sie waren ganz nett, ähnliches System wie Arcane. Ich hing da als Arcane-Fan und sagte, wow, voll geil. Und bei den Fortnite-Sachen hingen ganz viele Leute, die sagten, wow, wie kacke. Und ich hing da und sagte, Leute, wenn wir Arcane gut finden dürfen und andere Leute das doof finden dürfen, dann dürfen andere Leute aber auch Fortnite gut finden. Sorry, but not sorry. Aber dann kam 2022, es ist alles 2022, 2022 war ein sehr krasses Jahr für Universe Beyond. Dann kamen die Warhammer-Decks. Das erste Mal als Commander-Precon. Und mit einem exklusiven Secret-Lear. Da waren aber nur Reprints drin. Das war ganz cool, weil sie halt auch die anderen Sachen, weil 40k ist ähnlich wie ganz viele andere Universen nicht nur ein Teil, sondern 40k ist nur ein kleiner Teil von ganz vielen Sachen. Von wirklich vielen Sachen. Denn 40k hat auch Blood Bowl, 40k hat dieses komische Fliegerspiel, sie haben Age of Sigmar, sie haben jetzt Fantasy wieder reingeholt und, 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 und. Und das haben sie hiermit abgedeckt. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ich verstehe es heute nicht, warum die Orks nicht einfach ein Commander-Deck bekommen haben, sondern ein Secret-Lear. Aber das ist nur meine Sache. Generell fand ich die Commander-Decks richtig geil. Was ich wieder schwierig fand, war der Move, dass man jetzt Collector-Commander-Decks rausgehauen hat. Also nicht nur bei, wie bei MH3, wo halt wirklich viele Collector-Commander auf den Markt gekommen sind, sondern wirklich wenige. Ich glaube, Store hat irgendwie ein oder zwei Sets bekommen. Das war nicht viel. Und es war egal, wie viel du bestellt hast. Dementsprechend sehr, sehr spannend und sehr krass, sowas halt auch zu sehen, wie so ein Collector-Ding einfach von der Community wieder zerrissen wurde. Ja, es gab wieder die Scalper oder die Leute, also Whales bezeichnet, also Scalper sind Leute, die halt einfach günstig kaufen und darauf hoffen, dass es teuer wird, um das zu verkaufen. Oder eben sowas wie Whales. Whales sind Leute, die sehr, sehr viel Geld haben und einfach sehr viel Geld in Magic reinvestieren möchten und können und die das einfach machen und die einfach sich nicht so interessieren dafür, was der allgemeine Pöbel, so wie ich, dazu zu sagen hat, sondern die holen sich das einfach. In dem Fall wäre tatsächlich Post Malone zum Beispiel so ein Whale. Das wäre so einer der krassesten Whales. Aber es gibt auch in Deutschland kleinere Whales und so weiter. Das müsst ihr einfach, das ist einfach normal. Das gibt es in jedem Hobby. Und das ist auch nichts Schlimmes. Diese Whales sind wichtig für uns. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wichtiger, als ihr vielleicht wisst. Und dann kam wieder etwas, wo sie wieder angefangen haben, rumzuexperimentieren. Und das fand ich spannend. Ich mag es ja, dass Wizard of the Coast viel rum probiert. Auch wenn ich immer sage, ich bin ein alter Mann und ich will alles früh, aber alles besser. Wizard of the Coast probiert sehr, sehr viel rum. Und sie probieren wirklich, Dinge besser zu machen. Und sie haben daraus gelernt. Sie haben am Anfang sekulär exklusive Sachen gemacht, die auch noch time-limited waren und limited im Druck und so weiter und so fort. Dann sind sie hingegangen und haben verkaufbare Sachen gemacht, Reskin-Sachen. Sie lernen, sie probieren aus. Und dieses Mal haben sie bei Brothers War, eines der schlechtesten Sets aller Zeiten, haben sie tatsächlich Transformer-Karten reingebracht. Und zwar nicht, wie ich gedacht hätte, dass es im Set die Reprints irgendwie gibt und man dann als Secret-Layer die ganzen Transformer ziehen kann. Nein, genau andersrum. In der Edition waren halt sowas wie Optimus Prime oder Bumblebee oder so tatsächlich im Set drin. Und es gab nochmal die Möglichkeit, das als Secret-Layer zu kaufen. Da waren sie aber tatsächlich nur gereskinnte Sachen. Also wir haben zum Beispiel, Megatron war der Blight-Steel-Koloss. Mit Infekt passt krass gut. Und Optimus Prime war der Dark-Steel-Koloss. Natürlich, der andere Bruder. Mega, mega cool. Auch von den Gedanken, vom Flavor her. Einfach unendlich gut. Unendlich gut. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie war Brothers War das falsche Set dafür. Es gab dann noch so ein anderes Reprint-Set, wo einfach Karten in den Artworks gereprintet wurden. Sowas wie Collective Brutality, was einfach eine gute Karte damals war. Oder auch Greater Good oder so. Das war ganz nett. Und es gab natürlich wieder Länder. Basic Lands, Bestes. So, jetzt haben wir diese ganzen, diese ganzen spannenden Teile mit dem Tegler. Wir haben ja hinter uns und kommen dann zu dem Transformer in der Edition. Die Transformer waren nicht so stark und es hat ganz, ganz, ganz viele Leute gestört, dass da Transformer drin waren. Die fanden das müllig. Und ich kann das vollends nachvollziehen. Ich kann das super verstehen. Weil ich öffne eine Magic-Set und ich werde gezwungen, das auf einmal zu sehen, was ich vorher nie wurde. Und damit hat man gesehen, es experimentiert schon wieder ganz, ganz viel damit rum, was man damit machen kann. Und dann, dann fand ich es ein bisschen komisch. Denn, was euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe die beiden Dungeons & Dragons-Sets nicht mitgezählt. Was für mich einfach die Bewandtnis hat, Dungeons & Dragons gehört Wizard of the Coast. Dungeons & Dragons ist ein In-Universe-Ding angeblich. Also sowohl Adventure in the Forgotten Realms als auch Battle of the Baldur's Gate haben beide nicht den Stempel Universe Beyond. Und das hat mich super verwirrt. Das verwirrt mich bis heute und ich finde es bis heute ganz, ganz, ganz schlecht. Was halt einfach daran liegt, dass sie ja gesagt haben, nee, das gehört uns, das ist dasselbe Universum. Jetzt muss man jetzt wieder größer denken. Transformers gehört Hasbro, also Mattel. Mattel gehört Hasbro, Hasbro gehört auch Wizards. Eigentlich ist das, ist Transformer auch In-Universe. Transformer ist In-Universe mit Magic. Eigentlich. Weil es ist dieselbe Großfirma. Ja, Dungeons & Dragons ist halt noch eine kleine Firma und so weiter und so fort. Was ich dann aber lustig finde, ist, dass das Dungeons & Dragons Secret Layer, was es gab zum Film. Sehr, sehr großartiger Film, by the way. Wenn ihr den bis heute nicht gesehen habt, der kam letztes Jahr raus, kann ich euch nur empfehlen. Er ist wirklich gut und es hat wirklich Spaß gemacht, den sich anzuschauen. Und aus irgendeinem Grund ist das Universe Beyond. Was so ein, so ein bisschen daran liegt, dass es halt die Characters waren. Das heißt, es wurden genau wie bei Walking Dead wieder echte Characters dargestellt. Das heißt zum Beispiel Forge ist zum Beispiel Huge Grant, was ein großer Schauspieler ist. Oder wir haben Michelle Rodriguez als Holger und so weiter und so fort. Und das finde ich halt ziemlich spannend, weil das war ja am Anfang so stark in der Kritik. Und ich glaube, deswegen haben sie es wieder als Universe Beyond gefleckt. weil wenn man sich überlegt, was sonst aus dem ganzen Set gekommen ist, da war keine einzige Karte von anständig playable. Die sind cool, die machen auch Spaß. Aber was sich so durchzieht, durch die ganze Circuit Layer bisher, bis zu diesem Dungeons & Dragons 2023, Mitte 2023, ist, dass diese ganzen Universe Beyond Karten, die Walking Deads, die Street Fighter, die Fortnights, bei der die Reskins sieht man manchmal, aber die Warhammer-Sachen, die Transformer-Sachen und so weiter und so fort, die haben nicht den Big Impact gehabt, den die Leute irgendwie vermutet hatten und Angst davor hatten. Ich habe in meinem Leben noch nicht gegen einen Dungeon & Dragons Commander gespielt, der aus dem Secret Layer Universe Beyond kam. Ich habe natürlich schon gegen Dungeon & Dragons Commander gespielt, aber nicht aus dem Universe Beyond, also nicht aus diesem Secret Layer. Genauso wenig mit, ich glaube, ich habe einmal gegen Negan gespielt. Ein einziges Mal. Sonst noch nie. Ich habe noch nie gegen irgendwelche Street Fighter gespielt und auch wenn man mir das nicht glaubt, ich habe viel Commander gespielt. Ich habe auch derzeit viel Commander gespielt. Ich hetze zwar über Commander und mache mich so ein bisschen drüber lustig, manchmal, dass ich nicht so viel spiele, aber wenn ich dann doch mal dazu komme, spiele ich sehr viel Commander und ich schaue auch sehr viel Commander. Also wir haben so viele tolle Content-Kreator-Freunde, die ich anschaue, ob es jetzt herumkommandiert, Commander-Schmiede oder, oder, oder Mahner-Entzug-Podcast. So viele Leute, die aktuell streamen und die halt Commander streamen und ich gucke mir das an. Ich gucke mir das an, weil ich da Spaß dran habe, zuzugucken. Ich möchte das nicht selber spielen, aber ich möchte zugucken. Und auch da ganz, ganz wenig Universe Beyond bis zu diesem Punkt. Denn 2023 änderte sich alles, was Universe Beyond bisher gesehen hatte. Denn wir haben ein Herr-der-Ringe-Set bekommen. Das Herr-der-Ringe-Set war ein unglaublich gutes Set. Ich habe letzte Woche nochmal bei Get to the Games, mit denen ich aktuell sehr viel zusammenarbeite, ein Video gemacht, wo ich ein paar Sachen davon geöffnet habe und mit euch da schon mal drüber gesprochen habe, warum ich Lord of the Rings, also Herr der Ringe, es so gut finde. Und es war ein unglaublich geiles Set. Wirklich gut. Es hat mega Spaß gemacht, es hat die Leute so hart abgeholt, dass ich sage, das war crazy. Diese Booster, diese Jagd nach dem einen Ring, diese noch serialisierten Sohlringe, die man immer noch nicht kennt alle, die einzelne Karten wie The One Ring, also nicht den einen einen Ring, sondern The One Ring als Karte, Bowmaster, diese Glaskugel, die da so gibt und so weiter. Insane, was da alles gejagt wurde. Die ganzen Kammen, wir haben daher den Troll, also den Troll of Khazadun, wir haben Lorien revealed und so weiter und so fort. Es war crazy, was damals abging. Und das war alles Universe Beyond beziehungsweise Tales of Middle Earth. Jetzt muss man dabei aber sagen, gab es dabei auch noch Secret Lair. Das heißt, die sind immer noch nicht von diesem wir machen Universe Beyond Secret Lair Style immer noch nicht weggekommen. Sie machen das auch in dieser Phase, weil sie halt sagen, Secret Lair ist eine gute Cash Cow, die macht natürlich gut Geld und wir können Dinge machen, die wir uns sonst nicht leisten können. Also im Sinne von, wir können diese Artworks und so nicht in normale Packs reintun. natürlich gibt es da auch diese altbekannte, ganz, ganz schlechte Secret Lair mit den, ich glaube, Comic-Verfilmungen von Herr der Ringe gescreenshotted mit keine 20 Cent wert, das ganze Pack. Ein 35 oder 45 Euro Secret Lair. Nichts wert. Warum? Es ist kein One Ring darunter, es ist irgendeine komische Shire-Terrance, was einfach eine weird Karte ist und es waren einfach nur Reprints aus dem Set und zwar von Kamts Nun Kamts mit dem Artwork aus der Comic-Serie und das war, das war irgendwie kacke. Und dazu kam ja auch noch, dass sie das Ganze mit dem Holiday Release nochmal gemacht haben. Sie haben dann diese, diese, diese Bundle gemacht, diese, diese super krassen, schönen, äh, Sachen, wo man halt Aufsteller hatte mit Artkarten und, 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 und exklusiven Karten nochmal nachgepackt, dann mit diesem wunderschönen Artworks, die, habt ihr gesehen, was die Collector Booster davon kosten? Und da sind keine serialisierten Karten drin. Einfach nur, weil diese crazy Artworks, dieses Silver Foiling, was sie eingeführt haben, ist so schön. Und ich kenne auch viele, die zum Beispiel die Bowmaster davon spielen, weil die die wirklich schön finden. Das kann ich super nachvollziehen. Und mit Herr der Ringe haben sie so den absoluten Höhepunkt geschaffen. Ich glaube, das wurde Jahre hinweg vorbereitet. Ich glaube, da wurden unendlich viele Telefonate geführt und da wurde ganz, ganz viel gemacht, damit das kein Flop wird. Das wäre vernichtend gewesen. Und es ist alles andere als ein Flop. Bis heute würden Leute, wenn irgendwie ein Reprint kommen würde, diese Booster kaufen. Bis heute. Gar kein Problem. Vielleicht nicht die Sceneboxen, aber ja. Jumpstart. Das erste Jumpstart, davon kann ich empfehlen. Volume 2 macht Spaß zum Spielen, hat aber den Value nicht mehr ganz so drin. Aber auch das Jumpstart 2 habe ich glaube ich auch einen Baumaster ausgezogen aus dem ganzen Display. Was wert? Guck mal nach. Die Dinger kosten fast nichts. Jumpstart. Spielt mehr Jumpstart. Und dann war auf einmal etwas ruhiger. Bis Ende des Jahres dann auf einmal Creepshow kam. Das waren ja diese, Creepshow ist eine Zeitschrift, glaube ich. Und diese Zeitschrift hat ganz, ganz viele verschiedene Horror-Stories damals erzählt. Und da gab es nochmal ein paar Universe Beyond. Wir hatten Princess Bride, was halt für The Princess Bride ein Kinofilm aus 1987 ist. Dann hatten wir Evil Dead, nicht zu vergleichen mit Walking Dead, sondern Evil Dead, was einfach eine Franchise aus 1980 ist, die bis heute Filme produziert. Ich glaube, Evil Dead Rises war glaube ich 2023. Die bringen so alle zehn Jahre bringen die so einen Film raus, gefühlt. Ganz, ganz krass. Wie gesagt, Creepshow war halt auch irgendwie mit den Karten, die dann auch auf der anderen Seite irgendwie so Comic-Style hatten. Auch das war super, super spannend. Und was dabei natürlich noch kam, waren Daleks und Weeping Angels von Doctor Who. Denn kurz danach sollte Doctor Who beziehungsweise kam es glaube ich davor oder so. Auf jeden Fall Doctor Who war in diesem Secret-Lehr mit drin und dort wurden eben mit den Daleklands den Regeneration Doctor Who's, die halt die anderen Doctor Who's waren, also mit boah 14. 15. Doktor, also wahrscheinlich die Doktoren, die rausgekommen sind, während sie in der Planung dafür waren. dann gab es noch irgendwie Meep und irgendwas anderes. Auf jeden Fall, das ist tatsächlich rausgekommen, dass sie da das Secret-Lehr gedruckt haben, wieder mit Karten, die es nur in diesem Secret-Lehr gab, die es danach auch nie wieder gab, die man nicht in Universe Within kaufen konnte. Sie sind komplett weg davon, dass man dies machen kann. Und dieses Secret-Lehr, was damals 45 oder 55 Euro glaube ich vorher kostet, ist unsagbar teuer. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil irgendwelche Sculpte halt hingegangen sind, haben die halt aufgekauft und naja, also man muss jetzt dabei sagen, Doctor Who ist für uns in Europa eine kleine Franchise, aber am Ende des Tages ist sie eigentlich keine kleine Franchise. Doctor Who ist eine riesige Franchise, wirklich, wahnsinnig riesig und auch die Dalek Lands oder die Weeping Angels sind so krass im Preis gesetzt, das war übel, das sind so krasse Secret-Lehr, das könnt ihr mal ruhig nachgucken. Und dann hatten wir immer noch Doctor Who Commander Decks, die alles einzigartig waren, wirklich einzigartig. Dazu hatten wir noch die Möglichkeit, dass wir Collector-Booster hatten, das war ganz cool, weil da konnte man dieselben Karten in Fancy ziehen. Das war ganz nett, weil man hatte nicht dieses Collector-Commander- Problem, sondern man konnte einfach lustige Karten ziehen, teilweise sogar nummeriert, man hatte ein Collector-Item dabei und die Leute wollten das haben, plus eben Secret-Lehr. und dann noch das Plane-Chase. Plane-Chase natürlich für mich, ich liebe es. Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe Plane-Chase und muss sagen, ich bin so zufrieden damit, was sie dann am Ende des Tages daraus gemacht haben, weil man kann es separieren, man muss es nicht zusammen nutzen, man muss es auch nicht zusammen spielen, man kann es zusammen spielen und zusammen nutzen, man muss es nicht zusammen spielen und nutzen. Und das finde ich sehr cool, das finde ich auch sehr gut, weil so kann man halt hingehen und sagen, hey, man kann Plane-Chase damit spielen, man muss es nicht, aber man kann und das ist ganz cool. Und dazu hat man Doctor-Who-Karten. Natürlich, Doctor-Who-Karten sind nicht so beliebt, weil Doctor-Who in Europa nur bei den Engländern irgendwie groß ist. In Europa beziehungsweise im südlicheren Teil ab Deutschland abwärts gibt es das halt einfach nicht. Ist halt einfach nicht vorhanden. Muss man einfach sagen. Wenn man sich das dann überlegt, hat man hier vier Commander-Decks mit eigenen Karten, die man nur in den Commander-Decks teilweise gezogen hat. Drei, naja, eigentlich zwei, die Dalek-Lands zählt man nicht. Zwei Secret-Layer, die exklusive Karten drin hatten. Wobei, das ist nicht richtig. Die Weeping Angels waren Reprints. Entschuldigung, die Weeping Angels waren Reprints. Halt genau wie die Dalek-Länder, die tatsächlich sehr gute Fast-Lands einfach gedruckt haben. Und wir hatten immer noch dieses Doctor-Who mit dem 14. und 15. Doktor. Und es hat niemanden interessiert. Niemand hat sich mehr beschwert, weil die Leute es gewohnt sind. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Ich finde Secret-Layer, sie machen einen guten Job mit Secret-Layer. Wir gehen gerade so ein bisschen durch die Geschichte durch und ich erkläre euch so ein bisschen, was ich gut fand, was ich schlecht fand und wie ich zu dem komme, dass ich das Ding mittlerweile wirklich gut finde. Und was sie hier gemacht haben, sie haben den Leuten diese Angst genommen. Sie sind hingegangen und haben gesagt, hey, Fear of Missing Out ist nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass man sehr lange bestellen konnte und so viele, wie man wollte. und dann ist es eine Franchise, die keinen mehr interessiert und wir haben euch mittlerweile so viele Secret-Layer aufgeschwätzt, dass es keinen mehr interessiert. Und das ist eine Marketing-Strategie, die ich strong finde. Einfach die Leute so oft mit Scheiße bewerfen, bis sie es toll finden. Allerdings muss man dabei sagen, mit Doctor Who haben sie auch ein immens starkes Set gebracht, das für Commander super relevant war und sehr viel Spaß mit Commander gemacht hat, aber für fast niemand anderen. Es gibt ganz wenige Karten aus Doctor Who, die gespielt werden. Da kommen wir zu einem anderen Punkt, denn Herr der Ringe hat tatsächlich Modern-Legalität, wie hoffentlich alle wissen. Und Herr der Ringe besorgt dafür, dass Leute sich sehr, sehr stark darüber aufregen, was da passiert. Ganz schlimm, das geht gar nicht, das ist super, super schlimm, dass wir jetzt, wir können nicht ohne Bowmaster und One Ring im Commander spielen, äh, im Modern spielen und Gandalf im Modern wird auch gespielt. Das wird er nicht, aber das haben Leute damals gesagt. Commander-Spieler waren hier an dem Punkt schon, wo sie gesagt haben, ach, es ist mir eigentlich egal. Ich hab jetzt auch schon mit Herr der Ringe, stimmt, Herr der Ringe hatte ja auch noch Commander-Decks. Herr der Ringe Commander-Decks gespielt, ich hab mit, ähm, Ohrhelmer Commander-Decks gespielt, ich hab irgendjemanden besiegt, der Streetfighter Commander-Decks gespielt hat, wer auch immer das sein soll. Und, das ist mir eigentlich egal. Also die Commander-Leute waren, zumindest die, mit denen ich geredet hab, vollkommen fein damit. Und es gibt immer mehr Akzeptanz dafür, weil sie es immer besser machen. So. Nach Doctor Who was auch wieder viele Leute für Magic interessiert hat, kamen sie noch mal irgendwie, irgendeiner auf die wahnsinnig, wahnsinnig, dämliche Idee, lass uns doch ein Universe Beyond wieder in Booster stecken. Das hat vor zwei Jahren nicht funktioniert, das wird jetzt total toll. Jurassic Park beziehungsweise Jurassic World wurde 2023 sowohl in Booster von X-Salarm gepackt, wie auch tatsächlich in Secret Layouts. Dazu kam, dass es die Karten noch in den Collector Boostern als Stamped gab, mit so einem Stempel drauf. Und da muss ich auch sagen, da werden ja auch tatsächlich Sachen von gespielt. Spitting Dinosaur wird so oft gespielt, das ist eine sehr, sehr starke Karte, gerade auch im Commander, aber auch im Legacy tatsächlich. Ich liebe die Länder, die doppelseitigen Länder sind großartig, aber tatsächlich wird in DoorRaptor The Perfect Hybrid bei uns gespielt und das im Legacy auch relativ häufig und gut. Ist eine gute Karte, wird häufig gespielt und ich mag den. Er ist der einzige, der groß gespielt wird und vielleicht manchmal das Dinosaur Egg. Allerdings hat es sehr viele Leute angesprochen und das hat mich so überrascht, weil dieses das hat vor zwei Jahren nicht funktioniert, machen wir das nochmal. Das war meine Meinung und ich lag falsch. Ich lag sehr, sehr falsch. Anders bei den Secret Layers. Da gab es ganz weirde Kombinationen, wie zum Beispiel den Indominus Rex, nicht der Ultimate Perfect, sondern nur Indominus Rex. Der ist grün und irgendwie hat einen blauen Hintergrund und die Karte ist blau. Dann ist einem aufgefallen, dass diese ganzen Sachen halt diese Jurassic World, diese Dinos halt wirklich einfach Reskins waren. Dann kam halt Jurassic World mit Dr. Jim Malcolm und das war eine komplette Secret Layer, die sich eigentlich nur um Malcolm gedreht hat. Also den Schauspieler Jeff Goldblum und Jeff Goldblum ist, ja, der eine komplette Secret Layer bekommt. Das ist Universe Beyond. Wenn wir jetzt einmal überlegen, Post Malone war kein offizielles Universe Beyond. Hä? Also manchmal sind sie sich glaube ich einfach nicht einig, was Universe Beyond ist oder nicht. Ich finde, wenn dort Post Malone drauf ist, wie er als Post Son of Rich, Sohn der Reichen, eine eigene Karte bekommt, dann sollte diese Karte und auch dieses Secret Layer einfach Universe Beyond sein. weil es hat nichts im Magic Universum zu tun. Ja, er spielt Magic, aber das macht vielleicht Goldblum auch. Und jetzt, jetzt haben wir ein Secret Layer mit Universe Beyond und eins ohne. Bisschen komisch. Bisschen komisch. Aber, nochmal der Hinweis, diese Secret Layer waren nur Reskins. Das Universe Beyond, was es ja so ausmacht, ist ja, dass es Karten sind, die entweder gereskinnt wurden, das ist halt so diese eine Version, oder eben, die eben eigene, neue Karten sind, die innovative, angepasste Spielstile reinbringen, wie zum Beispiel Herr der Ringe, wie zum Beispiel Warhammer, die thematisch wirklich gut sind. Dann kam Tomb Raider und hat das beides zusammengeschmissen, denn Lara Croft Tomb Raider ist eine neue Karte, wohingegen alle anderen Karten darin einfach gereskinnt wurden, mit einem Shadowspear übrigens, Mega. Und diese Secret Lair war der Shit, denn Lara Croft ist eine saugeile Kommandeure. Sie spielt sich sehr, sehr geil. Und die Karten darin waren wirklich, wirklich gut. Und man hatte auf einmal so ein Starter Set. Und es gibt ja bei den Secret Lair oftmals so Starter Sets. Das hatten wir zum Beispiel mit dem Fungis, das hatten wir mit Uses, das hatten wir mit Traximunda und so weiter und so fort. Wir hatten das sehr, sehr oft und hier war ein Starter Kit Tomb Raider und das fand ich geil. Das fand ich einfach geil. Und da habe ich mir gedacht, so wow, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich finde es gut, was sie hier machen. Ich finde es gut, was diese Collector Items mit einem machen. Ich finde es gut, was diese Secret Lair Universe Beyond, was die mich erweitern, weil ich auf einmal da bin und sage, yo, das ist ein saucooler Effekt für Lara Croft. Und ja, das hatte ich vorher schon so mit Bilbo und so weiter, ganz nett, aber hier ist es mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Auch einfach, weil ich mit Tomb Raider, ich kann mit der Franchise nicht ganz so viel anfangen, aber wahrscheinlich mehr wie mit Jurassic Park, Jurassic World oder Dungeons & Dragons. Ich bin ehrlich, wenn, dann spiele ich Innominale oder Magna Veritas. Was sind einfach bessere Pen & Paper als D&D? Aber ich habe D&D früher gespielt, sehr viel teilweise sogar, weil wir hatten ja nichts anders und trotzdem konnte ich damit nicht so was zusammenfangen. Stranger Things, Walking Dead, auch Warhammer. Ich habe mal zwischenzeitlich habe ich mal Warhammer gespielt, in Anführungsstrichen. Ich habe halt Kill Team gespielt, was halt die Mini-Version, das ist sozusagen die 20-Deck-Version von Commander, nach dem Motto. und es war also 20-Karten-Deck-Version und bei Tomb Raider ist mir das erst mal auffällig gesagt, boah, das passt wie die Faust aufs Auge, das ist richtig cool. Das finde ich nice. Dann kamen die Cluedo-Edition, die ignorieren wir, oder? Die ignorieren wir. Gut. Cluedo, lustige Edition, ich habe zwei oder drei Stück davon aufgemacht und gespielt. Ich finde sie gut, aber die Booster darin sind mittelmäßig, die Karten darin sind bis auf eine nicht so gut und das Spielerlebnis ist spannend, würde ich sagen. Spannend. Spannend schreibt es uns gut. Dann Fallout. Fallout und ich nehme Hatsune Miku direkt mit bei, weil bei beidem kenne ich Personen, die diese Sachen, diese Franchise über alles lieben. Fallout hatte ich den lieben David da, der hat mir ja die Commander-Decks zur Verfügung gestellt, dann gab es ja noch dieses Special Secret Layer, wo du eine S-Karte, eine P-Karte, eine E-Karte, C-Karte, I-A-Karte, A-Karte, L-Karte hattest. Dann gab es Points of Interest, das war ein Secret Layer, wo einfach coole Länder gezeigt wurden, sowas wie Faber Passage, Bujogabor, Command Tower, irgendwas in dieser Richtung und Vault Boy, was einfach nur gereskinnt war. Also das sind wieder Reskins in den Secret Layer und dann eben Fallout neue Karten in den Commander-Decks und natürlich in den Collector-Booster, wo es natürlich noch mehr Karten im Collector-Booster gab. Im Vergleich zu den Commander-Decks, was haben sie ja schon früher mal gemacht. Wenn wir uns jetzt überlegen, ich kann mit der Franchise nicht so voll anfangen, aber es ist Nate und sie zeigen hier etwas, was ganz großartig ist. Sie zeigen, dass sie sich mit der Franchise auseinandersetzen. Ich verstehe nicht, warum Fallout nicht zu einem Fallout-Release, doch ist es. Ne, ist es nicht. Es kam nicht zu der Fallout-Serie. Auch diese großartige Serie, könnt ihr mal reinschauen. Auch hier neue Karten, niemand hat sich beschwert. Es werden zwei, drei Karten davon gespielt. Das war's. Dementsprechend auch hier. So spannend. Hatsune Miku, ähnliches System. Wir haben nur gereskinnte Karten als Franchise. Das ist ja das, wo Leute sagen, das ist das Verträglichste, wie man Secret Leia erlebbar machen kann. Indem man einfach Karten reskinnt oder straight reprintet mit einem neuen Bild drin. Also reskinnt, habe ich die ganze Zeit verwendet, ohne es zu erklären. Reskinnt bedeutet, dass die Karte halt einen anderen Namen bekommt, wie zum Beispiel Post Malone, Son of Riches und eigentlich ist es Jokmoth's Son. Also Krieg. Krieg, Krieg. Ja. Dementsprechend, ja. Das ist reskinnt. Hatsune Miku, sind ganz nett, können wir mal beiseite lassen. Und dann kam etwas, dass ich gemerkt habe, oh mein freaking Gott. Etwas in mir hat sich verändert. Denn es kam Assassin's Creed. Und ich liebe, liebe, liebe Assassin's Creed. Ich habe bei den lieben Leuten von Gator Games auch schon was aufgemacht. Ich habe auf meinem Channel was aufgemacht. Und ich kann nur wiederholen, lasst euch nicht davon beeinflussen, dass ganz viele andere Leute sagen, dass das Set schlecht wäre. Es ist nicht schlecht. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Am Montag werde ich noch ein komplettes Display öffnen und euch zeigen, dass es nicht so ist. Also, dass es Set gut ist. Ich verstehe nicht, was für eine Propaganda gerade gegen Assassin's Creed läuft. Wahrscheinlich einfach nur, weil es kleine Booster sind. Also siebenkartenbooster, was ich persönlich liebe, was ich großartig finde. Ich fand auch Epilogbooster gut. Als einziger im ganzen Internet gefühlt. Und naja, am Ende des Tages sind wir bei Assassin's Creed bei einem ähnlichen System wieder. Wir haben Booster, Collector Booster und Secret Layer. Die Secret Layer sind gerescannte Karten und in den Boostern sind eben wieder 100 unique Karten drin, wie Etsy Auditore, Differenze oder Senu. So. Das sind jetzt keine Commander Decks als solches. Es ist aber nicht so ein riesiges Franchise, dass man sagt, wie bei Herr der Ringe, man macht so ein full-blown All-In-Ding drin. Also hat man Beyond Booster gemacht und Modern League Karten. Ich habe in dem Moment gemerkt, abgesehen davon, dass ich Assassin's Creed liebe und total in diesem Hype drin bin und das jetzt so spüre, was die ganzen Leute immer gesagt haben, Blackie, wir finden das toll, was da passiert. Ja, ich verstehe warum mittlerweile. Aber wenn ich das nüchtern betrachte, muss ich auch sagen, der Weg, den sie einschlagen und den Weg, den wir gegangen sind von wir haben ein limitiertes Produkt, über das jeder hatet, das sehr teuer war damals sogar noch. Ich glaube, es war eine 60-Euro-Socket-Layer, wenn ich mich richtig erinnere. Mit echten Charactern drin, was wir noch nie vorher gesehen haben, mit Must-Buy-Sachen, weil es zeitlich imitiert war, hinzu, wir haben Commander-Decks, Booster-Sets, voller Universes-Beyond-Sachen, voller Franchises, die wir alle vielleicht irgendwo mögen und lieben. Und das ist so schön. Ich kann mit 95% der Franchise, die wir bisher bekommen haben, nichts anfangen. Aber du oder du oder du, ihr könnt was damit anfangen. es wird irgendjemanden geben, der sagt, das war mein Set, das war ich, da habe ich mich repräsentiert gefühlt. Und dann kann man sagen, das ist das, was man will. Dann ist das dein Universe Beyond. Natürlich gibt es so Leute, die sagen, ich möchte nicht gegen Lara Croft spielen, ich möchte nicht gegen Ezio Auditore spielen, ich möchte nicht gegen Tyrannosaurus Reck spielen. Wenn es Magic-Karten gäbe, die Ezio heißen, würdest du mit ihnen spielen? Natürlich sind auf manchen von diesen Karten jetzt Waffen drauf, die es nicht unbedingt im Universe gab. Auf der anderen Seite, die Transformer sind nicht so weit weg von dem, was wir in Ursas Saga gesehen haben. Ja, sie waren ein bisschen mehr Steampunky mit irgendwelchen ich habe so ein bisschen Dampf aus meinem Kopf, aber es ist auch damals schon so gewesen, dass da maschinell irgendwas gemacht wurde. Und deswegen sage ich, Universe Beyond machen immer mehr richtig und sie sind auf dem richtigen Weg. Und ich habe richtig Bock auf Final Fantasy und Marvel, weil sie einen Weg machen, der mir sehr, sehr gut gefällt und den ich sehr, sehr schön finde. Wir haben eine wunderschönen Weg von einem sehr gehassten Produkt, das wenige Leute mochten, an das Wizards aber geglaubt hat, hin zu einem Produkt, das sehr viele Leute glücklich macht. Cluedo Maus geschlossen. Aber ich kenne so viele Leute, die Jurassic Park gemocht haben, die Tomb Raider mochten, Fallout sowieso, Hatsune Miko. Diese letzten Universe Beyond waren so Banger, so Banger. Und auch davor, Herr der Ringe hat so viele Leute nach Magic gebracht. Ihr glaubt nicht, was Universe Beyond Lord of the Rings für Leute alles angespielt hat. Das war Wahnsinn. Und auch Dungeons & Dragons, man glaubt es kaum. Die Wizard-interne Hausfirma hat auch so viele Leute abgeholt. Also erst das Standard-Set und dann das Commander-Set. Und deswegen sage ich, Universe Beyond bringt mehrere Sachen. und das sind Sachen, die ihr sehen könnt und die für euch auch genauso wichtig sein können wie für mich und für jeden anderen Magic-Spieler. Es bringt neue Leute, die vielleicht über diese Franchise hinkommen zu unserem großartigen Hobby. Es bringt Leute, die von der Idee her etwas anderes austesten, die zum Beispiel Magic-Spieler sind und sagen, hey, ich gucke mir mal Dr. Who an, was sie sonst nie getan haben. Und es erweitert einfach den Horizont. Und diesen Horizont erweitern über das eigene Universum hinausschauen. Beyond ist eine wunderschöne Sache, die ich sehr gut finde mittlerweile, weil sie es besser machen. Ich habe bei Walking Dead gesagt, das war Müll. Ich habe bei um den Zeitraum von kurz vor Herr der Ringe, ich glaube, es war so um den Zeitraum von Warhammer, habe ich gesagt, es ist mir egal, was sie machen. und mittlerweile muss ich sagen, ich finde es gut. Ich bin ein Fan von Universes Beyond. Und dann könnt ihr mich haten bis zum Geht, nicht mehr, wenn ihr das wollt, solange ihr euch gegenseitig nicht hatet. Wer sich gegenseitig hatet auf meinem Channel, fliegt. Ihr könnt mich alle gerne haten, aber ihr müsst mich auch nicht beschützen und ihr müsst auch nicht gegen andere Leute vorgehen. Bitte, bitte nicht. Aber Universe Beyond bringt halt Leute dazu, sich noch mal in das Spiel zu verlieben. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen einfach verliebte Menschen in unser Spiel haben. Denn mit diesen Menschen wollen wir Magic spielen. Und wenn sie unbedingt irgendeinen 14. Doktor als Commander spielen wollen, dann ist das so. Dann ist es eine Magic-Karte, die genauso gedruckt wurde, wie euer Black Lotus oder eure Insel. Es gehört jetzt einfach dazu zum Magic und ich muss sagen, aktuell liebe ich es. Ich liebe es einfach und ich glaube, damit kann ich es belassen. Wie fandet ihr das? Wie findet ihr das? Habt ihr die Story komplett mitgemacht? Seid ihr vielleicht neu eingestiegen nach 2022 und habt ihr erst diesen ganzen richtigen Rage um Universe Beyond gar nicht mitbekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir können da gerne diskutieren. Wie gesagt, bleibt bitte nett, bleibt lieb. Ich weiß, meine Blackie-Docs sind meistens Reizthemen. Es tut mir auch sehr leid. Nein, tut es nicht. Aber es sind Reizthemen und dementsprechend, ja. Schaut da mal rein. Wenn ihr ein paar Openings sehen wollt, habe ich auf dem Channel und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Patreon bedanken. Vielen, vielen Dank an meine Patreons. Ihr seid ganz, ganz großartige Menschen. Ohne euch könnte ich das alles gar nicht stemmen. Es werden immer mehr. Es ist krass, wie viele es mittlerweile sind und es gibt auch nur noch ein paar Plätze für die limitierten Slots. Für die Opener Slots gibt es wesentlich mehr, aber die limitierten sind fast alle weg. Das hatte ich nie mit gerechnet. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für euch. Ohne euch könnte ich so viel mir nicht leisten und so viel nicht machen und vielen, vielen Dank. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt oder so, auch Monitor, könnt ihr das gerne tun bei Patreon. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung mal schauen, was da so drin steht. Wenn ihr das euch nicht leisten wollt oder leisten könnt, Daumen nach oben, abonnieren, irgendwelchen Leuten zeigen, die Universe Beyond Hater sind, die dann gegen mich ragen oder sonst was, sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Black Seat. Ciao, ciao.